hier kommen dann gewölbe rein auf die gewölbe kommen steine das können wir sogar noch im 1 verschieben schieben 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 können mit solchen treppen den zugang bauen so das lassen wir erstmal weg weil die müssen doch da reinkommen ich habe nämlich hier was besonderes vor schieben es schieben hier So, und während ich da schon mal was besonderes vorhabe. Kommen hier mal zwei Öfen und zwei Stockpiles hin. Noch zusätzlich. Da brauche ich nämlich die Öfen hier draußen nicht mehr schon mal. So, das ist ein Eisenstockpile. Und das ist ein Glasstockpile. Das heißt, ihr drei da nehmt nichts mehr an, wenn ihr mal leer seid. Und das ist ein Glasstockpil. So, wie ihr bitte nichts mehr in Steine umkonvertiert. Und ihr auch bitte nichts mehr in Steine umkonvertiert. Das heißt, nur die vier konvertieren in Steine um, die anderen nicht mehr. So, dann kann ich nämlich gleich schon mal... ...hier mit meiner Bodenkorrektur anfangen. Ich würde gerne erhöhen. So, hast geschafft. Gut. Na, das würde ich nicht. Kann ich nur eine Ebene gleichzeitig... Okay, dann machen wir es so. Dann schnappt euch mal Steine und füllt hier drinnen den Boden auf. So, dann schnappt euch das. So, dann schnappt euch das. So, hier haben wir nicht mehr viel, oder? So. Nein. So. 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 Wir können jetzt den Tunnel anfangen. So. 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 Ziehen gut. Wieder nur Stein. Und dann lassen wir bitte gleich 8 da drin arbeiten. So. Wir haben einen Stein, den wir hier hinsetzen können. Ja, die Bodenvorrug läuft gut. Ich würde sie gerne erhöhen. Weil kann ich. Muss nachher eine zweite oben drauf packen wahrscheinlich. Und dann ist der Bergfrid so etwas höher. Höher als die Mauern nachher werden. Ist so mein Plan. Und sehr schön, ich habe bereits für Laternen vorgesorgt. Also der Stockpile für Laternen. Schöne und Schöne. Was ist das? Das war's für heute. Okay, die Erhöhung ist fertig. Das heißt, wir machen gleich die nächste Bodenformung. Obala. Moment, ich kann nicht mehr erhöhen. Schön. Ich kann den Boden hier nicht mehr erhöhen. Ich kann den Boden hier nicht mehr erhöhen. Ich kann den Boden hier nicht mehr erhöhen. Das finde ich jetzt nicht toll. Ich kann den Boden hier nicht mehr erhöhen. Ja, grabe einen einzelnen Voxel. Ich kann also nur sagen, Grab. Ich kann nichts sagen. Nee. Muss ich mir eine Guide ansehen, ob es was gibt. Oder ich muss einfach hier noch fertig zubachen. Aha, genau. Wie ich gesagt habe, das hätten sie an der KI auch ein bisschen besser machen können. Das ist, wenn ich dich jetzt verschiebe. Nein, da gehst du nur. Nein, da gehst du nur. Nein, da gehst du nur. Okay. Okay. So klappt das. Das finde ich gut. Ich hoffe mal wenigstens, dass sie jetzt nicht versuchen, hier die Mauern zu untergraben. Sieht aber doch gut aus gerade. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, da wir das jetzt gelöst haben, speichern wir mal hier wieder über unseren Sandkasten drüber. So. Und da gibt es jetzt wieder mal einen kleinen Cut. Also, bis gleich. Ich bin wirklich chipmast. Ich binONG.